Hallo meine Lieben, da bin ich wieder und zwar mit dem nächsten WW-Päckchen und zwar von der lieben Jenny und da hat sie ganz tolles Washi-Tape benutzt und hier ist so zwei Resent-Sterne drauf gemacht. Dankeschön. Das muss ich aber noch aufmachen. Oh, Moment. So, weiter geht's. Und zwar habe ich hier erstmal die Post. Post für Sarah. Schaut mal. Ach, ist die knöpig. Ist die nicht süß? Dankeschön. Das hast du gut gemeint. Die klebt zusammen. Jenny. So, ich lese mal kurz. Danke, liebe Jenny. Ich wünsche dir und deiner Familie auch frohe Weihnachten, dass auch deine Träume alle in Erfüllung gehen und vor allem auch du, so wie du bist. Und mir wird sicher alles gefallen. Die Karte ist wunderschön. Schaut mal, da hat sie so Sticker und so reingemacht. Total toll. Dankeschön. Du hast mich ja mit den Eulen angesteckt. Und dann hat sie ganz viele Süßigkeiten rein. Und Tee. Einmal hier ganz viel Haribo-Päckchen. Kinderriegel. Twix. Hier Haribo. Ich stelle das mal auf die Seite. Sonst geht's mir noch kaputt. Wo stellen wir das hin? Nochmal Haribo. Snickers. Mars. Und nochmal Kinderschokolade. Dankeschön. Und ganz viel Tee. Mit Tee bin ich jetzt versorgt. Mit Sweet Kiss, meinem Lieblings-Tee. Dankeschön. Und dann habe ich hier das Tolle gesehen. Trinkschokolade mit heißer Milch aufgießen und genießen. Das ist ja mal toll. Dankeschön, liebe Jenny. Und dann haben wir hier noch eine Kerze mit Washi-Tape. Danke. Und dann haben wir hier... Was? Glitzer. Ich habe doch genug... Nein, Spaß. Glitzer kann man immer haben, gell, Jenny? Einmal hier so... Dräbchen-Glitzerin lila, gold-silbernen Glitzer und grünen Glitzer. Dankeschön. Und hier noch. Das ist so eine tolle Spange. Die hänge ich dann gleich hier oben hin. Und dann haben wir hier so Sternchen drin. Dankeschön. Und dann hier abdrücke. Ein Buch. Ein Lolli. Eine Hose, eine Mickey-Maus und eine Eule. Dankeschön. Und dann haben wir hier schon das Selbstgemachte. Da bin ich nochmal gespannt, Jenny. Ah, nein. Du bist verrückt. Jenny, du bist der Wahnsinn. Ein IA-Cupcake. Und wo es ein Schwanz verliert. Dankeschön. Der ist total toll. Ich liebe IA-I. Er ist einfach toll. Dankeschön. Und ein Anhänger. Der ist auch total toll. Schaut mal. Da ist noch eine Glocke dran. Total cool. Dankeschön. Also die Idee muss man auch erstmal haben. Dankeschön, liebe Jenny. Und schieße ich dir auch nochmal. Frohe Weihnachten. Und bleib, wie du bist. Und ich bin echt froh, dich kennengelernt zu haben. Und vielen Dank für die tollen Sachen. Und brauchst dir keine Gedanken machen. Mir hat alles echt toll gefallen. Und die Trinkschokolade werde ich mir heute an, wenn ich zu Hause bin von meiner Schwester gemütlich trinken. Und dir dann berichten, wie sie schmeckt. Also bis gleich. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017